Schönen guten Tag, wir sind hier auf Schloss Montabaur bei der ADG. Neben mir sitzt Frau Viola Alvarez. Sie ist langjährige ADG-Dozentin und hat heute im Rahmen von Netzwerk Alumni exklusiv ein Workshop zum Thema die fünfgängigsten Psychofallen im Unternehmen geleitet. Schweigen, streiten und taktieren hieß der Titel Ihres Workshops, Frau Alvarez. Was waren denn so ungefähr die Kernelemente Ihres Workshops? Das haben Sie heute Ihren Teilnehmern vermittelt. Ich glaube, ich habe Ihnen weniger was vermittelt, als Ihnen einen Wiedererkennungswert verschafft. Wir haben uns also damit beschäftigt, wie sich Kommunikation in einem hierarchischen Unternehmen abbilden kann, zwischen Mitarbeiter und Mitarbeiter, Mitarbeiter und Führungskraft und Führungskraft und Führungskraft. Das Ganze dargestellt haben ja Schauspieler. Das ist sehr ungewöhnlich für die ADG, dass diese Methode zum Einsatz kommt. Wie hat sich das denn so abgespielt? Die Schauspieler haben Szenen aus dem Unternehmensalltag dargestellt. Das heißt, sie haben versucht, den Teilnehmern des Workshops eine Szene darzubringen, wie wir sie vielfach im Unternehmen erleben. Zwei Mitarbeiter haben einen Konflikt miteinander. Die Führungskraft mischt sich ein. Und das hat natürlich einen humoristischen Effekt. Es hat aber sicherlich auch den dramatisierenden Effekt, dass man dadurch etwas anders vielleicht nochmal über die eigene Führungsarbeit oder auch die eigene Unternehmensrealität nachdenken kann. Psycho Falle. Was wirkt sich hinter diesem Begriff? Können Sie dafür Beispiele nennen? Ich kann mal sagen, wie wir ihn definiert haben. Wir sind davon ausgegangen, dass obwohl viele Menschen gerne von sich behaupten, offen und klar zu kommunizieren, wir in den meisten Fällen doch eher taktieren und überlegen, wie kriege ich das, was ich haben will, ohne mich allzu sichtbar machen zu müssen. Und dadurch stellen wir sowohl anderen Leuten als auch letzten Endes uns selber Fallen, weil unsere tatsächliche Motivation nicht klar erkennbar ist. Das heißt, bei Psycho Fallen geht es sehr viel darum, wie viel von mir will ich zeigen, wie viel von dem, was ich wirklich will, will ich zeigen und wie stark bin ich bereit, mich für das einzusetzen, was ich haben möchte und auch mit welcher Kooperationsleistung bin ich bereit, nach außen zu gehen. Also kann man sagen, Fallen werden tagtäglich bewusst, aber auch unbewusst gestellt? In einem ganz hohen Maße unbewusst, aber auch in einem hohen Maße bewusst gestellt. Warum tappen wir denn oft so in Fallen? Weil wir uns für schlauer halten als alle anderen und weil wir denken, wenn wir so schlau sind, dann kommen wir zum Ziel, ohne dass die anderen es merken. Und dabei blenden wir natürlich einen Großteil der Realität, die uns umgibt, aus. Und wenn wir uns für schlauer halten als alle anderen, sehen wir nicht kommen, was alle anderen vorbereiten. Wie sehen denn ganz konkret nochmal nachgefragt, so Fallen aus? Welche Varianten gibt es vielleicht auch? Also einer der häufigsten Fallen ist die sogenannte Harmoniefalle. Das heißt also, dass wir nicht sagen, was uns stört, weil wir uns selber einreden, dass wir die Harmonie nicht gefährden wollen. Tatsächlich sind wir uns nicht sicher, dass wir den Konflikt gewinnen würden. Darum versuchen wir ihn nicht offen anzusprechen, sondern versuchen ihn eher hintenrum für uns positiv zu entscheiden. Und diese Harmoniefalle führt dazu, dass wir als Person in diesem Konflikt nicht erkennbar sind, sondern eher als ein Lobbyist auftreten für unsere eigenen Interessen. Ist dies auch die häufigste Falle im Unternehmen? Ich würde denken, es ist die häufigste Falle, weil Harmonie für viele Mitarbeiter so ein hoher Wert ist. Harmonie im Unternehmen ist ein Mythos, aber ein Mythos, an den viele Menschen mit absoluter Überzeugung glauben wollen. Können Sie sagen, wenn man sich mal den Zeitstrahl von zehn Jahren anschaut, hat sich das Ganze noch verschärft? Dieses Problem des Ellbogenausstreckens, Treten und beißen? Also grundsätzlich ist es ja eine Situation, die wir schon seit den 80er Jahren beobachten, dass es schwieriger wird. Ich würde aber auch denken, dass in der aktuellen Arbeitsmarktsituation, wo es immer mehr Arbeit für immer weniger Leute gibt, es natürlich zu einer gewissen Überreiztheit der einzelnen Mitarbeiter kommt. Und diese Überreiztheit führt eben auch dazu, egozentrischer zu handeln, möglicherweise auch übereilter zu handeln und aus dem Druck heraus Ergebnisse eher erzwingen, als kooperativ erarbeiten zu können. Und dadurch würde ich sagen, wird es auf jeden Fall gefühlt schon mal schwieriger. Ich glaube aber auch, dass es tatsächlich messbar schwieriger wird. Frau Alperes, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Ich bedanke mich auch.